Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Revenge of Shinobi und das am 27.01.2022. Ja, wir haben das letzte Mal hier aufgehört und wir sind ganz schön weit im Spiel gekommen. Wir sind jetzt, glaube ich, in Stage 7 oder 8, glaube ich. Und das dürfte jetzt auch die finale Aufnahme werden zum Spiel. Ob wir es schaffen, ich gehe mal davon aus, es werden 9 oder 10 Parts zum LP. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, würde mich freuen, lasst eine Bewertung da und ein Abo. Okay. Nee, springen. Das ist gar nicht so einfach. Das machen wir nochmal. Ach, habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt. Hier oben an den Listen gibt es das Ikatsushi, das Karyo, das Fushin und das Mimjin. Ja, die gibt es hier. Das sind nämlich Jutsu-Attacken von dem. Und man halt verschiedene ausführen kann. Da ist der Schild. Da ist Unverwundbarkeit. Oder du hast einfach mehr Leben. Und das ist schon cool. So. Okay. Ey, ich bin ein Haufen Scheiße. So, habe ich getroffen. Cool. Ich bin einfach mal so ausgescheppelt. Sehr schön. Mal mit. Alter, der geht auch so kaputt. Geil. Ich hasse diese Penne. Nein! Das wäre jetzt ein miese Trophäe, wenn man das Spiel schaffen muss, ohne einmal getroffen zu werden. Das wäre richtig hart. Boah, das hätte ich nicht geschafft. Alter. Weil ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel heute schaffen. Ja. Irgendwann so eine Stunde. Dann durch. Ja, höchstens. Immer stark von aus, weil... Okay. Oh, Leben. Mach das aber nochmal. Ey, das Spiel macht schon Bock. Boah, ich habe gestern, glaube ich, echt fast in einer Aufnahme das Spiel sogar durchgekriegt. Nein, da war was. Hä? Wie habe ich denn das getriggert gerade? Was bringt mir das eigentlich, generell das Meils zu sammeln? Ist irgendwann mal interessant. Ja. Jetzt fängt das schon wieder an, so wie gestern. Äh, ja. Du hast ja nicht mal wirklich eine Millimeter Chance. Ja, das sieht man ja. Ach, verdammt. Oh, der ist schon mal Geschichte. Ja, hätte ich auch was müssen. Noch mehr. Na, das hätte ich vorausahmen müssen. Ich glaube, es machen wir jetzt mal so. Ich muss erst mal... Ach, filmte Granaten. Ja, ich habe da eine Idee. Oh, das ist mal weg. Mann, das ist gar nicht so leicht. Ich muss das jetzt mal heißen. Äh... Ach komm, ich riskiere das jetzt mal. So, machen wir das mal. Auf gut Glück. Ja, das war jetzt aber auch wirklich Pech in... Hä? Ja, das ist mal wieder aufgehen. Wow. Boah! Boah! Das ist ja Labyrinth, Mist! Das ist ja schon. Okay, das war's So, da uma vida da Cid Cibar aqui Das ist ein Tympel Mist Warum muss denn jetzt so ein Tympel noch kommen? Was ist denn hier das Ende? Bomben, das war so klar Noch eine Was ist denn, wo ich überhaupt hin muss? Hier nicht? Nein! Kacke Flangenwerfer, ey Noch mehr Schuhe übrigens Ich glaube, ich bin hier richtig Mehr davon Da Mal sehen Warte, habe ich denn jetzt rausgeschmissen? Das ist so verwirrend hier Auf denức Kacke Flangenwerfer Ah, auch Kacke Flangenwerfer Das ist ein,sterstersterster ist Kacke Flangenwerfer Aber sie sehen uns Dann bin ich Bis zum nächsten Mal.